Musik Ich führe euch sicher, wieso die Lehre bei der Firma kostet. Ich habe eine gute Vorbereitung für die Start in die Lehre. Ich habe eine gute Vorbereitung für die LAP und einen guten Abschluss. Und ein sehr gutes Team mit guten Kollegen während der Lehre. Und ich habe im Monat einen guten Platz im Portemonnaie. Musik Ich würde sagen, die Voraussetzungen als Heizungsinstallateur sollen einfach gute körperliche Voraussetzungen haben. Interesse an technischem Know-how. Ich wollte im Team arbeiten. Auch ein koordinatorisches Denken zu haben. Ein vernetztes Denken zu haben. Und Spass an der Sache. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.